Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kickoff zu einer neuen Folge von 5 Transfers für. Und heute geht es weiter mit Holstein Kiel, die ja fast genau vor einem Jahr in die Bundesliga aufgestiegen sind. Aber halt nur fast. In der Redikation ist man ja gescheitert. Und seitdem hat sich einiges getan. Der Volksrenner Ole Werner ist ja weg. Marcel Rapp ist der neue Coach und jetzt im Herbst geworden. Einige Leistungsträger wurden und mussten ersetzt werden und eine schwierige Saison haben am Ende auf Platz 9 beendet. Das war dann auf jeden Fall auch okay nach dem schwachen Saisonstart. Nun möchte man natürlich wieder angreifen und meiner Meinung nach muss aber dafür am Kader einiges geändert werden. Denn man muss dazu sagen, es gibt einige Verträge, die im nächsten Jahr auslaufen. Sprich diesen Sommer müssen schon erste Entscheidungen getroffen werden. Aktuell ist zwar nicht auszuschließen, dass weniger als fünf neue Spieler noch verpflichtet werden. Ich habe aber trotzdem fünf Transfers gefunden, wodurch Kiel möglicherweise im kommenden Jahr wieder im Aufstiegsrennen mit dabei sein wird. Im Tor verlässt der Ionis Gellios die Störche. Neben Däne wurde mit Tim Schreiber ein Talent wie auch potenzieller Stammkeeper verpflichtet. Besser gesagt ausgeliehen von RB Leipzig. Hier sehe ich zwischen Däne und Schreiber einen wirklich offenen Zweikampf. Ich bin sehr gespannt, wer den am Ende für sich entscheiden wird. Wie es aber dann vor den Torhütern aussieht, hängt natürlich vor allem auch von der Systematik ab. Dreier- oder Viererkette ist hier die einfache und logische Frage. Beides ist realistisch, beides ist möglich. Du kannst sogar im Spiel variieren. Deswegen planen wir hier grundsätzlich mal mit dem 3-5-2-System, von dem auch eigentlich Marcel Rapp der Verfechter ist. Sprich eine Dreierkette und dafür muss sich dann aber auch defensiv einiges ändern. Phil Neumann geht dazu Hannover, war Stammspieler als rechter Innenverteidigung. Da braucht man als Innenverteidiger daraufhin auf jeden Fall einen Ersatz meiner Meinung nach. Und auch bei allen anderen Innenverteidigern, wirklich bei allen, bin ich mir wirklich unsicher über deren Zukunft. Hauke Wahl würde ich zu Geld machen. Sein Vertrag läuft ja 2023 aus. Da ist er mit schon mal der erste Spieler mit der Vertragslänge. Bei Comenda, Lorenz, Tezka und Carrera hängt halt dann vieles von verschiedenen Faktoren ab. Hier planen wir erstmal mit allen. Aber auch da sind weitere Abgänge möglich. Was aber generell klar ist, dass ein neuer Stammspieler hier auf jeden Fall her muss. Und wenn man sich dort auf dem Markt mal so umschaut, findet man einen unglaublich flexiblen Spieler, der perfekt reinpasst. Und das ist Robin Jalschin. Der Atenzantri ist letzten Sommer zum FC Paderborn gewechselt. Nun läuft sein Vertrag aber schon wieder aus und er ist damit ablösefrei verfügbar. Jalschin kann Innenverteidiger spielen, Rechtsverteidiger spielen und auch im zentralen Mittelfeld. Und damit könnte er mehrere Stellschrauben lösen und auch perfekt als rechter Innenverteidiger funktionieren. Mit seiner Erfahrung kann er zudem Kiel direkt weiterhelfen. Ein Deal, von dem der Verein, aber auch der Spieler unglaublich profitieren kann. Schauen wir nun mal auf die Position der Außenverteidiger. Das nächste spannende Thema im Kader der Kieler. Als Schienenspieler gibt es natürlich auch die offensiveren Varianten. Mit Fabian Rehse, Neuzang Marvin Obus oder auch Jona Sterner. Als klassische Außenverteidiger hat Rapp aktuell für links hinten Johannes Vandenberg. So wie Mikkel Kierkeskow für rechts hinten Julian Korb. Vandenberg würde ich auf jeden Fall behalten. Auch sein Vertrag läuft noch ein weiteres Jahr. Kann aufgrund seiner Flexibilität auch als linker Innenverteidiger dienen. Und somit passt das auf jeden Fall. Kierkeskow würde ich beim passenden Angebot abgeben. Ich glaube, das sind noch viele Kieler ähnlich. Korb ist auf jeden Fall eingeplant. Ein Schienenspieler, der da auf beiden Seiten spielen kann. Und natürlich auch in der Viererkette funktioniert. Und günstig zu haben ist, wäre dann eine super Ergänzung. Wenn nicht sogar eine Top-Verstärkung. Und die gibt es auch auf dem Markt. Numa Lavanchi ist nämlich der Mann, der Kiel super verstärken wird. Der Schweizer war letztens auch Stammspieler beim FC Lugano in der Schweiz. Im Sommer erfolgt nun aber der ablosefreie Wechsel. Der 28-Jährige ist 1,74 Meter groß. Hat ein super Tempo. Rennt die Seite hoch und runter. Und vor allen Dingen bringt auch richtig gute Flanken. Generell ist Lavanchi sehr, sehr stark am Ball. Also kann auch gute Pässe spielen. Sehr gut auch im Kombinationsspiel. Hat diese Saison 3 Tore selbst gemacht. Und auch 7 vorbereitet. Sprich, das sind richtig gute Quoten. Lavanchi ist nämlich deswegen auch die Top-Lösung. Mit dem Potenzial, auch relativ schnell ein wichtiger Spieler zu werden. Die Abwehr haben wir damit abgehakt. Wo ich, wie gesagt, auch einen weiteren Innenverteidiger nicht ausschließen würde. Blicken wir aber deswegen ins zentrale Mittelfeld, wo es viele, also wirklich sehr, sehr viele Spieler gibt. Für die 6 rein nominell Eras, Benga und Diniowski. Für die 8 Mühling, Holtby, Sander und Sterner. Sowie als Zehner, auch da rein nominell Steven Skripski, Finn Porath sowie Arslan. Für die 3 Positionen hat man somit 10 Spieler. Unabhängig vom System. 4-1, 4-1, 4-3-3, 3-5-2. Kommen immer wieder auf 3 zentrale Mittelfeldspieler. Davon würde ich aber trotzdem auch einige abgeben. Eras, Inowski und Arslan auf jeden Fall endgültig, wenn es da die Möglichkeiten zu gibt, bei Benga, Sander und Sterner möglicherweise per Laie. Sicherlich nicht alle 3, aber vielleicht 1 oder 2 von den 3 Youngstars könnte man per Laie da nochmal abgeben, damit die Spielpraxis sammeln. Und auch die Zukunft von Alexander Mühling ist offen. Sein Vertrag läuft auch nur noch ein Jahr. Damit könnte man ähnlich wie bei Wahl die Kohle mitnehmen. Das lasse ich hier aber jetzt erstmal mal offen mit Marvin Schulz, aber meiner Meinung nach ein Top-Transfer getätigt. Der wird auf der 6 eine super Rolle spielen. Lukas Wolf hat ja einen Profivertrag bekommen und ist somit eine spannende Alternative auf der 10. Sollte man hier aber wie angerissen mehrere Spieler abgeben, dann müssen logischerweise auch neue her. Nicht so viele wie man abgibt, aber 1, 2 sollten dann auf jeden Fall kommen. Und dafür habe ich einen ablösefreien Spieler gefunden, den ich als Ergänzung auf jeden Fall einplanen würde. Und das ist Andi Irving. Wir alle wissen ja, wie die Rittligasaison von Tökücü München eingegangen ist. Als, ja, desaströses Team, was gar nicht mehr mitspielt durfte aufgrund der finanziellen Situation. Und damit hat natürlich Irving, denn er ist ja unter Vertrag, die letzten Wochen auch nicht spielen können. Und logischerweise sich auch nicht zeigen können. Zuvor war der Mittelfeldspieler aber so ein bisschen was wie Münchens Allzweckwaffe. Im Zentrum kann er als 6er, 8er und 10er fungieren. Und war vor allen Dingen auch als Edeljoker wertvoll. Also wenn er gespielt hat, dann eigentlich immer nur von der Bank kommend. Und genau diese Rolle traue ich ihm bei Kiel jetzt auch schon zu. Irving ist auch gerade mal 22 Jahre alt, 1,90 Meter groß und bringt ein spannendes Paket aus defensiver Stabilität, aber eben auch offensivem Spielwitz mit. Was mir aber vor allen Dingen im Zentrum fehlt, ist ein Kreativspieler. Der Abgang von Jisong Lee konnte nicht wirklich aufgefangen werden. Steven Skripsky sollte eigentlich in diese Rolle reinschlüpfen. Er gehört für mich aber auf die Flügel oder sogar noch besser in die Spitze. Als zweite Spitze neben einem wirklichen Neuner. Auf den Positionen würde ich ihm aber beim nächsten auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Holtby und Porat haben es ja im Zusammenspiel meistens auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Da aber zum einen Porat die Zukunft auch offen ist und auch nochmal mehr Kreativität nicht schaden kann, habe ich je nach einem potenziellen Stammspieler gesucht und mich umgeschaut und dabei Daleo Irandust gefunden. Der 10er ist vor einem Jahr aus seiner Heimat Schweden in den Niederlanden zum FC Groningen gewechselt. Bislang kam der 24. dort aber nicht über die Joker-Rolle hinaus. Ein Tor und eine Vorlage in 19 Ligaspielen, das klingt erstmal nicht überragend, aber er hat auch wirklich nur 36% der möglichen 1-Minuten bekommen. Und das ist halt das Problem, wenn du immer nur eingewechselt wirst, dann sind halt auch die Quoten nicht ganz so stark. Gebt man aber dem Schweden Vertrauen über einen längeren Zeitraum, dann kann ein Mann schon extrem viel Spaß an ihm haben. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen halte ich hier auch eine Ausleihe für realistisch. Sein Vertrag in Groningen läuft nämlich auch noch bis 2026. Damit würde Kiel mal wieder einen typischen 10er bekommen, der extrem stark am Ball ist, ein gutes Tempo hat und auch körperlich einiges drauf hat, wodurch er es auch immer wieder schaffen kann und schaffen wird, die Stürmer wie Wried oder natürlich auch Pichler in Szene zu setzen. Und apropos Pichler und Wried, der Sturm fehlt ja noch in unserer Transpair-Planung und darauf blicken wir mal jetzt. Mit den beiden Stürmern plane ich auf jeden Fall als Stammspieler. Vor allem im 3-5-2 als Doppelspitze. Dahinter wird es aber dann vor allem auch schon dünn, wenn beide beginnen. Fiete Arp geht ja wieder. Skripski und Bartelt, so wie natürlich auch Fabian Rehse, sind natürlich weitere Möglichkeiten, vor allem auch als Hängende, als zweite Spitze zu funktionieren. Trotzdem würde ich hier nochmal nachlegen. So ist es richtig rum. Und auch hier ist eine kostengünstige Leihe die genau richtige Lösung. Dafür schauen wir zum Europa-League-Sieger nach Frankfurt, wo nämlich Ragnar Ache keine große Rolle spielt und dringend Spielpraxis braucht. Und der 23er bringt nämlich auch eigentlich alles mit, um ein wirklich guter Stürmer zu werden. Der Junge hat Tempo, eine unglaubliche Physis, Kopfballstärke, nur bei seiner Ballkontrolle, Dribbling generell und auch im Abschluss. Da fehlen ihm manchmal noch so ein bisschen die Nerven vorm Tor. Und das muss deutlich besser werden. Das kann aber eben auch nur besser werden durch Spiele, Spiele und nochmal Spiele. Und deswegen muss auch im Sommer ein Abgang aus Frankfurt her. Realistischerweise per Leihe. Sein Vertrag in Frankfurt läuft übrigens auch noch bis 2025. Ache ist für mich auch dann die perfekte Ergänzung zu Pichler und Wried. Von seinem Spielertyp her kann ich ihm ja auch einfach sehr, sehr gut generell in der zweiten Bundesliga vorstellen und dann eben auch bei den Störchen. Und somit haben wir die fünf Spieler für Holstein Kiel gefunden. Jetzt natürlich noch die große Frage, wie baut man die ins Team ein? Und das ist sehr, sehr spannend, weil wir wie gesagt an sich schon einen sehr großen Kader haben, wo der Sportbosch Stöber auf jeden Fall noch einige Aufgaben vorsichert. Wir schauen mal auf die potenzielle erste Elf der Kieler in der kommenden Saison. Und das wie auch angerissen im 3-5-2-System. Also im Tor, Däne, stand jetzt die Nummer 1. Schreiber als Herausforderer möglicherweise geht es aber auch schon andersherum in die Saison, wenn sich Schreiber in der Vorbereitung einfach nochmal deutlich besser präsentiert. Ist für mich vorstellbar. Dreierkette wäre dann Jalci ein wichtiger Faktor als flexibel agierender Spieler, der eben auch als rechter Verteidiger funktionieren kann. Dahinter mit Carrera ein junges Talent. Moment. Daneben wird es dann schon spannend. Ich habe jetzt mal noch in der zentralen Position ja Hauke Wall sozusagen verkauft. Lorenz und Teska traue ich die Rolle prinzipiell zu. Wenn man aber da nochmal sich verstärken kann, würde ich es machen. Die linke Infanter der Position, Komenda, hat es für mich ganz gut gemacht. Dann würde ich da schon das Vertrauen schenken. Vandenberg wäre hier die Alternative. Auch da können natürlich Lorenz und Teska ausspielen. Deswegen vielleicht ein weiterer dazuholen, der auch ein Stammspieler sein kann, würde nochmal das Level deutlich anheben. Schienenspieler hätten wir dann rechts Korb und Lavanschi. Lavanschi sehe ich eigentlich als Startelf-Spieler. Ist halt die Frage, ob er rechts Korb oder links Reze verdrängt. Auf links eben Fabian Reze, der auch offensiver spielen kann. Auch dessen Zukunft ist noch offen. Ich bin jetzt hier vom Verbleib ausgegangen. Obus, der Neuzugang als eigentlicher Flügelspieler wäre jetzt hier die Backup-Option. Schulz auf der Sechs ganz klar gesetzt. Irving wäre dann eben die Allzweckwaffe für das zentrale Mittelfeld, wo dann offensiv Irandust und Porat sich um den Zehner-Posten kümmern würden und betteln würden. Und Holpi und Mühling um den Achter-Posten. Da hätte man einen richtig krassen und starken Konkurrenzkampf. Deswegen auch hier mich nicht zu sehr darauf festlegen, wenn wer jetzt in der ersten Elf und wer in der zweiten Elf steht. Das kann man natürlich auch einfach so tauschen. Und eben vorne Doppelspitze mit Pichler und Wried. Ache fände ich sehr, sehr spannend. Skripski und Bartels können eben auch die Position des zweiten Stürmers einnehmen. Und somit wäre das mal eine potenzielle erste Elf. Was aber auch hier wichtig ist, wir haben ja schon drei fixe Abgänge mit Gelios, Neumann und Arp. Ich würde dann eben auch noch verkaufen. Wahl, Kierkeskopf, Eras, Injowski und Arslan. Mühling, Reese und Mees, der jetzt gar nicht mit dabei ist, sind für mich aufgrund des Vertrages Wackelkandidaten. Da muss man halt gucken, wie es da weitergeht. Deswegen nicht wundern, dass Mees jetzt in der ersten Elf nicht mit dabei ist. Natürlich ist er noch Holstein-Kiel-Spieler und kann das vielleicht auch bleiben. Und per Laie Möglichkeiten eben Benga, Sander und Sterner. Das alle werden, glaube ich, nicht. Und so hätte man dann eben auch noch weitere Möglichkeiten für das zentrale Mittelfeld. Nur, dass ihr da wisst, wen ich jetzt wirklich eingebaut habe, wen ich möglicherweise abgeben würde und wie dann eben eine erste Elf aussehen kann. Bei Holstein-Kiel müssen somit jetzt schon Entscheidungen getroffen werden über die Auslauf- und Verträge des nächsten Jahres. Das ist ein großer Bestandteil dieses Transferfensters. Entscheidet man sich dann am Ende dafür, die meisten Spieler im besten Falle im Sommer abzugehen, um Kode zu machen, dann sind auch fünf Transfers mehr als realistisch. Ansonsten braucht der Kader sicherlich zwei bis drei Verstärkungen und dann macht man auch durchaus was her und dann kann dann nächstes Jahr auch einiges drin sein. Und jetzt seid zu guter Letzt noch ihr gefragt, welcher meiner fünf Transfers Vorschläge macht am meisten Sinn für die Störche, wo muss generell nachgelegt werden und schreibt mal gerne weitere Teams in die Kommentare, wo ich mal unseren Scout-Bericht anfertigen soll. In dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. rolsohr elementos bis zum nächsten Mal